Jo und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Dreams. Das wurde jetzt natürlich im Nachhinein reingesprochen, weil, kurze Information nochmal, das Video war ja vorproduziert, schon etwas älter, deswegen nochmal, meine Gato war falsch eingestellt, beziehungsweise die Einstellungen, deswegen reagiere ich eine halbe Sekunde, etwas mehr als eine halbe Sekunde, etwas früher. Ihr seht es ja dann an der Facecam, aber trotzdem, viel Spaß euch. Zwei Schwestern und deren Liebhaber. Ja, gehen wir rein. A Bleach Smile Game. Flashlight. Okay, pick up, open the door und center, irgendwas, ja, ja. Hallo? Oh, sehr dunkel, Alter, sehr, sehr dunkel. Ist jemand hier in der Küche? Was soll meine... Warte mal, zwei Schwestern und deren... Und deren Liebhaber. Also bin ich der Liebhaber, wa? Ah, mit beiden Schwestern, oder was? Oha. Das ist, ähm, äh, äh, ist, äh, ist gefährlich. Sollte man nicht machen. Hallo? Irgendjemand hier? Von den zwei Schwestern? Hi! War die gerade nackt? Hallo? Können Sie sich bitte... Oh. Sind die roten Tage da, oder was? Oh. Ist nur eine Kakerlake gewesen. Hm. Iiii! Die hätte sich wenigstens die Hände waschen können. Pfui. Alles klar. Okay. Rechts oder links? Wir gehen... Ja, ich denke mal, wir sind hier richtig. Hallo? So. Aber hier ist nichts... Nein, 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 nein. Die Tür geht... Hm. Ich hab ne Taschenlampe. Sollte kein Problem sein. Warte mal. Kein... Ja, dann geht die Tür halt nicht auf. Dann setzen wir uns halt hin. Habe ich nicht verstanden. War das jetzt ein Hackbeil? Wollte mich da jemand gerade erschlagen mit einem riesigen Hackbeil? Wer kann das denn hochheben? Okay, anscheinend hatte ich was mit der, weil ansonsten hätte sie mich nicht töten wollen. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Hä? Oh, jetzt wollte ich gerade gucken und sie ist weg. Ich wollte gerade gucken. So, ich musste nochmal neu laden, weil das Spiel hat irgendwie nicht mehr funktioniert und so. Deswegen halt musste ich ganz kurz gucken so und... Hi. Hi, was ist das? Mit so etwas war ich zusammen oder bin ich? Nee. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaub, ich hätte ansonsten... Ne Trauma? Hallo? Girl? Baby? War ich das? Oh, ich weiß nicht. Okay. Soll ich wieder hoch? Ich komm wieder. Ah, das Badezimmer ist auf. Junge, jetzt hat's einen teuren Spiegel kaputt gemacht. Tja, weißt du, ne? Bringt sieben Jahre Pech oder was das sein soll? Pech gehabt. Hm. Komm. Ich glaub, das sind Erinnerungen. Ich war im Badezimmer und sie lief einfach raus. Wir kommen. Du willst spielen? Wir können spielen. Ich bin gleich da, Süße. Hi. Ich, ich... Du läufst hier in Unterwäsche rum. Aber es ist gar kein... Ist gar kein Problem für mich. Gar kein Problem. Hey. Ich weiß echt nicht, was passiert ist. Entweder die beiden Schwestern haben sich gegenseitig umgebracht oder... Ab in den Keller. Ne. Auch nicht. Ja, kommt Mädchen. Entweder oder. Lock, find, key. Ja. Ich denk mal, der steckt bestimmt in der Frau. Hallo? Hä? Was war das denn? Was war das? Kleine Spinne? Spinne! Muss doch irgendwas sein. Ansonsten hättest du sie hier doch nicht hingekotzt. Die übersehenden Schlüssel. Sie ist schwanger, oder? Es läuft gleich. Na, ich hab einen besseren Geschmack als das. Was war das denn? Das war schon eine Mumie. Nehmen wir nur nicht rein in den Keller. Dann spielen wir weiter. Den Kopf nehme ich lieber als deiner. Aber ich komm... Ich komm gerne hoch. Wir können weiter spielen. Du willst bei spielen? Können wir. Das ist doch niemals ein Baby. Das ist ein Schlüssel. Die hat einen Schlüssel. Okay, ich hab den Schlüssel. Ich hab ihn, ich hab ihn. Sayonara. My Baby. My. Ich verpiss mich jetzt hier. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich mach Schluss. Over and out. Hab ich es geschafft? Bin ich tot? Lass mich doch einfach raus. Okay, wir gehen ab in den Keller. Gar kein Problem. Hier gibt's immer einen Ausgang. Da können wir immer das Böse besiegen. Jaja, Flashlight hab ich schon, Mann. Ich seh aber so schon gar nichts. Siehste? Wo bist du? Hallo? Komm raus. Zeige dich. Dämon. Engel, wo bist du? Wo bist du? Hä? Hat sie mich? Hat sie mich verarscht? Die ist einfach nach oben gegangen. Die verdammte Tür auf. Darauf hab ich jetzt gar keinen Bock. Miss. Aber ich komm mal näher, ja? Ich glaub, du scheinst die andere Schwester zu sein. Ja, du hast auch keine Arme mehr und kein Herz, wa? Aber ist nicht schlimm. Ja, ja, ich guck mir das Tape von uns an. Geh. Oh mein Gott, was hab ich denn jetzt für ein Tape? Warte, ich geh runter in die Stube, okay? Aber ist hier noch jemand? Nimm mich das untere, Kollege? Mein ich auch. Deswegen halt. Wir sehen uns gleich, Kollege. Hab ich mir gerade was eingeworfen? Ich hab gerade mit einer riesigen Kakerlake gesprochen. Aber egal. Wir können uns jetzt vielleicht ein Tape... Feed me. Feed me. Ich hab nichts. Ja. Was? Locked fine tapes. Ich muss die Tapes finden. Okay. No problem. Ah ja. Händet ihr mich... Was war das denn da oben? Darauf hab ich gar nicht geachtet. Okay, wir müssen Tapes finden. Oh, da liegt jemand drin. Bloß nicht aufwachen. Hallo? Gut. Hier scheint kein Tape zu sein. Hä? Das Mädchen ist weg. Aber die nächste Kassette haben wir. Nice. Hallo? Hä? Na komm da... Okay, ich hab jetzt die nächste Kassette reingesteckt. Oh, ich dachte, da schwebt was. Ist ein Messer! Was ist denn das passiert? Habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Ich glaube, ich hab hier was gefunden. Eine Kassette oder so? Ja, hier ist ein Tape. Ah! Ei! Bleib da, Harry Potter! Bleib da! Harry ist frei. Harry ist frei. Was passiert? Ach, kein Küsschen. Was wollte sie? Ich glaub, sie wollte reden, oder? Ein Schwein? Also, es kann eventuell sein, dass sie darauf Hunger hat, weil sie hat ja gesagt, feed me. Aber komisch. Warum denn ein Schwein? Hier atmet jemand. Harry, ruhig da unten. Ach, hallo! Das Tape war einfach im Waschbecken drin. Rein damit! Was steht da? Tür ist auf. Kaka, du bist da! Hä? Na, ich wusste es doch. Wir kommen nicht raus. Was muss ich denn jetzt tun? Locked, open it. Ja, wow. Schöner Tipp, den in mir gibt's, Kappa. Ja, die Räume sind zu. Ist sogar noch besser. Alles ist zu. Ei, was haben wir denn? Nein, Kaka ist tot. No, wer hat dir das angetan? Harry? Ich komm jetzt runter, ja? So, wir treffen... Oh, pfui, hier stinkts. Ach, du heilige. Harry ist frei? Nö. Er ist weg. Oh, shit. Nein, sag nicht, ich hab sie getötet. Ach. Ja, und jetzt? Was war das für eine Andeutung? Jetzt bin ich auch noch im Dschungel. Ich hab's nicht erkannt, was es war, aber ich glaub, das mussten wir nicht sehen. Wait a minute. Warum ist dort meine Waffe? Äh, können Sie sich mal ein bisschen bedecken? Meine Fresse. Im... Bedecken Sie sich! Bedecken Sie sich! Ach, das gibt's doch nicht. Was passiert hier, Mann? Hier ist... Das ist ein komplettes Spiel. Ich kann euch zwar nicht alles zeigen, aber das ist ultra nice. Ja, dann bleibt da drin, Mann. Und... Oha. Also... Ähm... Ja, das ist schön hier. Dann guck ich halt Fernsehen. Was haben wir denn da heute? Wir haben Beine heute. Hm. Und ich glaub, das, was im Fernsehen ist, ist ihr Bauch und ihr Oberkörper. Was? Es gibt Leute, die reden über mich? Wie lange hab ich diese Gefühle? Warum? Do you have confused thoughts? Ähm... No. Ich lüge nicht. Ich hab mit der ganzen Sache hier nichts zu tun. Kann ich nochmal mit dir reden? Ich seh's ein. Ich wollte das nicht tun. Vielleicht diese Waffe noch einsammeln. Ja, 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 ja. Jetzt müssen wir alles haben. Nehmen wir noch nicht. Schweinekopffrau, Mann. Keine Ahnung, was es ist, aber... Willst du das denn liebhaben? Warte, zwischen der Waschmaschine. Da geht er eh nicht hin. Hahaha. Geh, bitte. Schweinebärmann. Das ist der Schweinebärmann. Schweinebärmann. Ja, wie kann ich dem entkommen? Warte, hier im Spiegel liegt eine Waffe. N. Okay. Ich kann's nicht auf Genuss sagen, aber ich war's nicht. Geh, bitte. Danke. Ich war's einfach nicht. Lady, ich hau ab, ja? Das ist aber nicht echt. An error has secured, äh, dreams. Report, Problem. Das war die Geschichte zweier Schwestern und den Schweinebärmann. Ey, Alter, richtig nice gemacht. Das ging locker safe, ne halbe Stunde. Okay, das ist aber das zweite Ende. Oh, ich bin Harry. Kaka! What's in the box? Keine Ahnung, schauen wir doch mal rein. Was haben wir denn da? Ich bin der Schweinebärmann. What? Okay, Kaka ist mein Freund geworden. Wenigstens einen Freund hab ich. Ne, wir sind eins geworden. Ne, das andere Ende war besser. Ich bin tot und das ist basta. Fertig, aus Ende. In dieser Welt will ich nicht leben. Ne, aber das hat mir gefallen, Mann. Ja, das war's natürlich wieder von der weiteren Folge Dreams. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch natürlich gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.